Kann man einen Sehner auf jeden Helm montieren? Und in dem Fall kann ich sagen, ja, bei den allermeisten ja, gibt ein paar Voraussetzungen. Ich zoome euch dazu jetzt mal ran. Wir haben hier einen Sehner an der Seite und ihr seht schon, hier links muss relativ viel freie Fläche sein. Teilweise hat man hier auch nochmal den Schieber für die Sonnenblende. Das kann man in der Regel dadurch ausgleichen, dass man das Ganze ein bisschen weiter nach hinten setzt. Und wenn man jetzt nicht gerade, wie in meinem Fall, eine Kamera mit drin hat, dann ist es ja auch egal, wenn es ein bisschen weiter hinten sitzt. Allerdings müsst ihr auch darauf achten, dass hier unten das nicht zu klobig ist. Ist aber bei den meisten Helmen auch nicht so. Aber wo es mir zum Beispiel neulich gerade aufgefallen ist, ist beim Rurock Atlas. Denn da ist das hier einfach so dick, sodass man es nicht vernünftig anklemmen kann, sondern ankleben muss. Und dann einfach hier, ja, deutlich mehr Kabellage sieht, als das eigentlich notwendig ist. Deswegen kann man also sagen, an den allermeisten Helmen kannst du ein Sehner problemlos anbringen.